Blume! Hi Freunde, herzlich willkommen hier wieder bei mir. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt. Mein kleiner enthusiastischer Ausspruch davor war natürlich wörtlich gemeint. Heute gibt es vom Piet Stoff, den Flower Garden. Danke an dich nochmal, Piet. Ihr kennt das Prozedere ja. Ich rauche wie immer in der Nemesis und es geht als erstes zum Geruch. Ich will euch auch nicht zu lange aufhalten. So, geh auf. Ich finde das Loch nett. Einmal einen tiefen Zug genommen. Als erstes sticht mir so etwas Pizzagewürzgemäßiges in die Nase. Was richtig Würziges, was im Abgang so leicht blumig, seifig wird. Ich kann das Ganze wirklich beschreiben. Riecht jetzt im ersten Moment wirklich seltsam. Also am Anfang so etwas komplett Würziges und dann Blume. Blume! Wie wenn du in den Blumenladen reingest und dann einfach nur so diese komplette Duftwolke auf dich zukommt. Kurios. Schauen wir mal, wie sich das Ganze beim Rauchen verhält. Also ich muss auch sagen, hier kommt im ersten Moment, weil wir relativ viel Hitze drauf haben, diese Oregano-Note würde ich es nennen. So eine richtig würzige Pizzagewürz-Note. Ordentlich durch. Finde ich persönlich an sich ganz lecker. Das hält sich auch lange im Gaumen. Wenn ich jetzt mal nach ausatme, habe ich immer noch so leichten Oregano-Geschmack auf der Zunge. Ist ganz interessant. Wehe, du blubberst! Der blubbert einfach! In diesem Sinn nochmal danke an meine Gastgeber. Die sind natürlich nett mit auf dem Bild, weil ich bin eine kleine Rampensau, aber was soll's. Wir würden das Bild mir verstehen. Im Abgang kommt dann so wirklich ein blumiger Geschmack durch. Es ist wirklich wie wenn man so an... Ich fühl mich, als würde ich halt nur in der Rose lutschen oder so. Wenn man dem Ganzen ein bisschen mehr Feuer gibt, kommt auch das Würzige etwas stärker durch. Das mag ich persönlich lieber. Aber dieses blumige stört mich einfach irgendwo dran. Das Würzige ist lecker. Das blumige kann ich nicht ab. Mag ich einfach persönlich nicht. Ansonsten, ich würde sagen, wer auf Blumen steht, wer gern in den Blumenladen geht und sich da denkt, boah geil Blumen! Für den ist es der richtige Tabak definitiv. Für mich persönlich ist es nix. Ich stehe da... Also ich gebe dem lieber ein bisschen mehr Feuer, damit das Würzige mehr durchkommt. Aber es wird auch definitiv bei dem einen Shot bleiben, den ich geraucht habe. Ich glaube, da gibt es dann noch weiter was dazu sagen. Ich bedanke mich nochmal beim Piet für den Shot. Kleine technische Probleme sollen uns nicht aufhalten. Ich war eh bei meinem Schlusswort. Von daher, wie gesagt, mein Fall ist es nicht. Wer auf Blumen steht, für den ist es definitiv der richtige Tabak. Auch wer was Würziges, Vielschichtiges mag, was Komplexes, wo man mit der Hitze spielen kann, ist es ein hervorragender Tabak. Und von daher bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst die Köpfe qualmen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.